Unterwegs auf dem Panama-Kanal. Nur 82 Kilometer sind es hier zwischen Atlantischem und Pazifischem Ozean. Viele Frachter, Öltanker und Kreuzfahrtschiffe nutzen die geografisch einmalige Lage des Landes. Um sich die langwierige und gefährliche Umfahrung Südamerikas zu sparen, wechseln hier in nur wenigen Stunden die Weltmeere. Wir Touristen dürfen glücklicherweise auch mitfahren auf einem Kanal, der das Leben der Menschen hier komplett verändert hat. Mehr dazu demnächst bei Unterwegs, dem kompakten Reisemagazin.